Geralt, du kommst gerade recht. Wo seid ihr denn geblieben, Roche? Wir hatten unterwegs ein bisschen Ärger. Genug! Ein Mensch hat mich besiegt. Ich werde alt. Was nun? Du hast Glück. Eigentlich hättest du die Folter verdient. Aber aus Mangel an Werkzeug schneide ich dir nur den Kopf ab. Du stirbst wie ein Krieger. Gut so. Bist sicher verwirrt, so kurz vor dem Tod. Gut, dass du es bist. Wär doch dumm, nach all den Jahren von einem verirrten Pfeil erwischt zu werden oder an einer Grippe zu sterben. Mist! Diesmal kommst du davon. Deine Schützen sind im Anmarsch. Aber denk daran. Ich habe dich einmal besiegt und ich kann es wieder tun. Das werden wir sehen. Der Mistkerl ist uns entwischt. Wir dürften noch von ihm hören. Verdammte Anderlinge! Genug davon.